Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu On The Mods 3. Ja und ihr seht schon, es hat sich ein wenig was verändert. Ja, ich habe jetzt zwischen den Folgen ein wenig Terraforming betrieben, ein wenig Mining. Und ja, es sieht ein bisschen anders aus, muss man doch schon sagen. Ja, ich habe die Aufnahme laufen lassen, um versuche jetzt daraus natürlich noch einen Zeitraffer zu machen. Das ist natürlich noch nicht passiert, denn ich nehme gerade direkt im Anschluss wieder auf, denn ich brauche natürlich ein paar Folgen für auch in der Woche, beziehungsweise ist es schon Sonntagabend, das heißt also für den Montag, also für morgen, wo ihr es jetzt gerade eigentlich jetzt guckt, also für heute. So im Prinzip kann man sich das vorstellen. Und ja, das ist sozusagen jetzt passiert. Was habe ich noch gemacht? Ich war wie gesagt noch ein bisschen mean. Wir können mal gucken, eigentlich sind im Prinzip diese drei Kisten hinzugekommen. Also ihr seht schon hier eine ganze Menge. Ich habe vier Diamanten gefunden, was ziemlich cool ist. Ich musste ein paar Zombies fighten. Eine ganze Menge Redstone habe ich gefunden. Gold habe ich leider bloß acht Stück gefunden. Das ist ein bisschen schade. Also Gold war nicht wirklich dabei. Einen goldenen Apfel habe ich von einem Skelett gekriegt, nicht von einem Zombie. Sehr cool. Und ansonsten, wie gesagt, eine ganze Menge Dirt und Cobblestone. Wobei das meiste Dirt, ich hatte fast glaube ich eine komplette Doppelkiste Dirt, ist natürlich hier wieder in den Boden reingeflossen, um wie gesagt das Ganze hier dann auch zu ebnen. Dann, ich glaube hier sind auch noch ein paar Sachen mit reingewandert von den Erzen und so. Ich glaube hier auch nicht alles hundertprozentig komplett sortiert. Das muss noch mal gemacht werden. Ansonsten habe ich hier, wie gesagt, das Essen immer mal wieder abgeerntet, wenn ich gerade da rüber geguckt habe und gerade war was fertig. Jo, das hier wieder mitnehmen. Oh, kein Land kaputt machen. Noch irgendwas hier gerade fertig. Das ist gerade fertig. Das kann man immer mal wieder, oder beziehungsweise habe ich immer mal wieder zwischenzeitlich auch mal gemacht. Zum anderen war ich beigegangen und habe hier die Falle wieder bestückt mit neuen Bait. Und man sieht, es kommt doch einiges an Essenssachen hier raus, beziehungsweise auch an Leder, was ich eigentlich damit auch bezwecken wollte größtenteils. Also zum einen natürlich Essen. Perky ist auch ziemlich cool. Man sieht hier unten die zweite Reihe an Essen, was es sozusagen hier wieder gibt. Das ist ziemlich, ziemlich stark eigentlich. Ja, und es gibt halt auch Leder wieder. Und Leder ist so eine Sache, die ich noch ganz gerne, ganz gerne bräuchte. Denn ich habe mit euch heute ein paar verschiedene Sachen vor. Zum einen möchte ich mir auf jeden Fall die Tinkers Construct Sachen bauen. So, damit fangen wir doch jetzt einfach mal eben eiskalt an. Wups. Und einen Crafting Table brauchen wir. Dann brauchen wir normales Wood. Und wir brauchen ein paar Sticks. So, dann lassen wir mal ganz kurz hier eben einmal die ganzen Sachen aufbauen. Dann ein paar Patterns. Eine Kiste. Und dann sollten wir, glaube ich, alles haben. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ich glaube, ich habe recht. Tool Station. So, dann das Stencil Table. Die Kiste für die Patterns. Das rum natürlich, die Pattern Chest. Genau. Und last but not least, den Part Builder. Dann haben wir sozusagen schon alle Teile, die wir im Prinzip für Tinkers Construct brauchen. Ich frage mich, ob ich jetzt hier direkt einfach erstmal an die Tool Station stelle. Das müssen wir dann später nochmal umbauen. Und ja, ich brauche noch ein paar Ideen für, was für eine Base wir hier jetzt hinbauen wollen. Ich habe noch nicht so wirklich großartig eine Idee. Ich hatte schon so ein bisschen, ich dachte die ganze Zeit an ein Haus, aber wir haben so häufig Häuser gebaut. Vielleicht mal ein cooles Thema. Was weiß ich, futuristisch oder wirklich altertümlich. Wenn ihr da was cooles habt, einen Vorschlag. Ich bin zwar nicht der beste Builder, aber ich gebe mir natürlich hundertprozentig Mühe, was Vernünftiges hier hinzubauen. Aber wir haben also relativ gute Fläche. Es soll eine Grundbasis werden. Und ja, da soll eine Küche rein auf jeden Fall von Palms Harvest Craft. Und so die ersten kleinen Maschinen und unsere Smultery soll darin Platz finden. Also das ist sozusagen so die Anforderungen, die ich daran ganz einfach stelle. Ansonsten ist es mir eigentlich relativ egal, welches Thema. Aber wenn ihr eine coole Idee habt, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann setzen wir das definitiv um. Ja, was wollen wir machen? Eine Pickaxe. Dafür brauche ich noch genau. Und das brauchen wir. Dann haben wir glaube ich alles. So, die packe ich jetzt erstmal hier rein. Das coole ist, man kann die jetzt natürlich schön einzeln drüber traden. Ich brauche ein bisschen Gold. So, jetzt werden wir ein bisschen von unserem Gold werden wir aufbrauchen müssen. Das nützt leider nichts. Jetzt machen wir mal zwei Einschmelze. Hätte ich schon mal vorher machen können. Dann müssen wir das Ganze einmal aus Stone stencilen. Und dann gleich mit Gold begießen. Hier müsst ihr es machen. Genau. Korrekt. Ah, jetzt muss ich mir überlegen. Ja, das machen wir daraus. Und das Binding machen wir erstmal aus Holz. Warum aus Holz? Holz hat dieses ökologische. Das heißt also, es repariert sich selbst ein wenig. Und da wir am Anfang noch nicht so gute Materialien haben, können wir ruhig Wood nehmen. Wir können das Ganze später nämlich austauschen. Das heißt also, falls wir irgendwie später vielleicht auf Papier oder so wechseln wollen, können wir das machen. Wie gesagt, ich werde erstmal, denke ich mal, für Eisen gehen. So, jetzt haben wir vier Ingots. Genau. Das heißt also, das Erste, was wir uns machen, ist einmal das Ganze hier für unsere Pickaxe. Und dann kann ich theoretisch beigehen und mir auch schon mal zwei Iron einschmelzen. Ah, nein, 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 nein. Zwei Iron, genau. Korrekt. Und den zweiten Pattern, den wir brauchen, den übergießen wir. Haben wir noch einen Eisenbarren? Ich glaube, wir haben keinen Eisenbarren mehr, ne? Ah, ist mir egal. Machen wir schnell einen. Damit wir, wie gesagt, auch, ähm, ja, normales, äh, normale Barren gießen können. So. Legt man da im Prinzip einen Eisenbarren rein. Gold ist noch unten, genau. Und dann machen wir jetzt im Prinzip den Pattern für, äh, unsere Barren. So, dann werden wir uns gleich nochmal dementsprechend auch hier noch einen Hopper hinsetzen müssen, vielleicht. Dass wir das auch vernünftig hier ausgießen können. Na gut, haben wir eigentlich relativ, äh, ja, wenig Gold. Aber ein bisschen Gold noch überbehalten. Ich dachte gerade, dass wir zwei für eine brauchen. Aber es sind ja vier Ingots. Das passt. So, einmal da rausgießen, bitte. Haben wir im Prinzip unsere Spitzhacke schon mal fertig. Wir werden natürlich erstmal die hier aufbrauchen noch. Aber die können wir dann jetzt theoretisch mit, ähm, mit Dings reparieren. Jetzt werden wir mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt einen Stick nehme. Was ich eigentlich ja nicht möchte. Ich wollte ja eigentlich noch was anderes machen. Aber mit Sticks kann man das gar nicht. Man muss hier erst wirklich, das konnte man früher. Aber man muss jetzt die richtigen Tools dafür bauen. Alles klar. Alles klar. Ähm. So, dann hat es 244 Haltbarkeit. Äh, Mining Speed, ähm, Diamond. Äh, Mining Speed 6. Stacke 5, ähm, 3 Modifiers. Eigentlich sehr gut. Ich würde aber ganz gerne noch etwas anderes einsetzen. Und zwar an dieser Stelle. Damit wir ein bisschen mehr Haltbarkeit bekommen. Äh, beziehungsweise was wir noch brauchen werden. Was ist das hier? Ja, genau. Ein Sharpening Kit. Wunderbar. Lass mich das auch nochmal ganz kurz hier bauen. Äh, da werde ich doch nochmal ganz kurz ein Gold brauchen. Und dann werde ich auch nochmal ein Eimerchen brauchen. Und nehme ich ein Lava und ein Dings. So, ich glaube, theoretisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man Lava und Wasser in die Schmelze reingießen. Oder war das? Yep. Yep. Und daraus wird Obsidian. Nice. Okay. Äh, ich möchte nicht das Handling aus, aus, äh, aus Dings bauen. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich würde ganz gerne das Sharpening Tool aus, aus, aus Obsidian machen. Äh, das Coole ist, ein Sharpening Kit kostet keinen Modifier und erhöht im Prinzip das Mining Level. Das heißt also, wir haben dann ein Obsidian Mining Level auf unserer Eisenspitzhacke. Womit wir sozusagen dann auch Obsidian theoretisch abbauen können. Beziehungsweise, falls wir in den Nether gehen, dann auch, ähm, die anderen Sachen. Was suche ich jetzt gerade? Warte, ich suche, ähm, folgendes. Ah ja, Stein. Ach, ich überlege schon die ganze Zeit, dann kann ich die Eimerchen auch wegtun. Wir wollen ja unser Sharpening Kit, äh, einmal kurz bauen. Ah, braucht zwei Stone. Okay, braucht zwei Stone. Kein Problem. Und das weg, das hier einmal wieder hin. Dann das Gold wieder nach unten. Einmal über Gold übergießen. Dann Obsidian nach unten. Ist fertig. Und dann das Ganze einmal mit Obsidian übergießen. Dann haben wir unser Sharpening Kit. Aus Obsidian. Sehr cool. Haben wir das auch geschafft. So, dann können wir die Teile, können wir jetzt hier auch mit... Guck mal, die nicht mehr... Uh, die kann man... Ist ja blöd. Kann man die da nicht mehr drin storen? Oder muss man dafür jetzt eine Extrakiste bauen? Kann sein, dass man dafür eine Extrakiste bauen muss. Aber jetzt auch nicht allzu schwer. Ja, machen wir noch mal ganz kurz eine Chest. Äh, klauen wir mal ganz kurz hier hinten einen von denen. Bauen das Ganze eben einmal schnell zusammen. So, und setzen die einfach... Ach ja, kommen hier einfach ran. Aber jetzt... Ah, okay. Das heißt also, man kann hier nicht mehr die verschiedenen in derselben Test packen. Ist ein bisschen blöd, aber okay. Richt man auch alles etwas hin. So. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir unser Sharpening Kit. Äh, haben das Ganze. Was wollen wir jetzt machen? Ähm, und zwar folgender Mod. Gehen wir uns mal ganz kurz eben angucken. Ähm, haben wir schon was von gebaut? Und zwar von Cyclic. Und zwar würde ich ganz gerne von Cyclic folgendes bauen. Wo haben wir sie denn? Ähm, genau. Oh, Scaffoldings. Davon gibt es verschiedene. Ähm, ich würde ganz gerne nicht die hier. Nicht die hier. Sondern genau, die hier bauen. Kann man ganz einfach aus Dirt und einem Stick. Kriegt man 64 Stück. Damit kann man sich relativ geil hochbauen. Und es funktioniert wie eine Leiter. Ist einfach nur ein Block. Das heißt also, an jeder Seite kann man wie eine Leiter hoch und runter klettern. Und wenn man, wie gesagt, hochgeklettert ist. Bei dieser Art. Und man bricht das Ding irgendwo kaputt. Und dann zerfällt das ganze Gerüst. Dann gibt es noch diese Variante. Davon kriegt man dann bloß 16. Die, da kann man einzelne Dinger kaputt machen. Und das Konstrukt geht sozusagen nicht kaputt. Und dann gibt es noch die letzte Variante. Diese hier. Die kann man sozusagen irgendwo sich hochbauen. Und sie verschwinden einfach nach einer Zeit. Beziehungsweise brechen sich nach einer Zeit selber einfach kaputt. Ich finde die hier, wie gesagt, ganz cool. Weil sie sind super billig. Dirt und Stick. Super geil. Und davon bauen wir uns mal jetzt eben zwei Stück. Würde ich jetzt einfach mal eben sagen. Haben wir hier noch irgendwo Sticks? Hier haben wir Sticks. Sehr gut. Und da bauen wir uns hoch. Oh cool. Ach, das braucht man für den Akashic Tome. Ach, das war nämlich auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ah, sehr gut. Kann ich auch mal gleich mitnehmen. Dann brauchen wir nochmal ein Dirt mehr. Ach, ich dachte, da braucht er mal noch Bücher für. Deswegen hatte ich das noch nicht in Angriff genommen. Ich hatte aber noch nicht mal nachgeguckt. So, also zwei von denen hätte ich ganz gerne. Wie gesagt, weil sie ja verschwinden, braucht man hier natürlich mehr von. Akashic Tome ist auch sehr, sehr geil. Oh, cool. Hat er schon die ganzen Bücher drin oder? Oh, wie geil ist das denn? Er hat sogar schon die ganzen Bücher mit drin. Das ist ja mal krass. Ich dachte, man musste die erstmal einlesen. Normalerweise hatte ich das so gelesen, dass dieses Buch sozusagen andere Bücher halten kann. Aber man muss die sozusagen einlesen. Das Geile ist aber, ähm, was soll ich sagen? War da gerade nicht sowas? Geile ist aber, die ganzen Bücher sind hier jetzt sogar schon drin. Wie cool ist das? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Actual Edition reingucken wollen, können wir das sozusagen hier umändern. Und dann haben wir Actual Editions. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie man das zurückrichtet. Ach ja, genau, mit dem Linksklick. Genau, dann kann man wieder Rechtsklick und ein neues Ding machen. Und das Coole ist, wenn man hier über Sachen rüber geht, zum Beispiel hier ist jetzt ein Tinkers Construct, Block, dann kann man hier Rechtsklick machen. Oder Shift-Rechts? Shift-Rechts, genau, steht auch sogar da. Dann verwandelt sich das Buch automatisch darin, in den Mod, den man gerade sozusagen hat. Sehr coole Sache. Sollte man sich auf jeden Fall besorgen. Ich wusste nicht, dass es sogar alle Bücher gleich beinhaltet. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt haben wir zum Beispiel hier Tinkers Construct und können hier sozusagen auch drin rumblättern. Und wenn man das nicht wieder braucht, kann man wieder Linksklick, Shift-Rechtsklick, sucht sich sozusagen den nächsten Mod aus. Sehr, sehr geil. Sehr gut. Auf jeden Fall ein Mod, den ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, falls ihr ihn drin habt in eurem Mod-Pack. Lege ich erstmal da rein. So, wo wollen wir hin? Da oben wollen wir hin. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich gehe zu der grünen, nicht zu der lilan. Da möchten wir hin. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen schauen, dass ich ungefähr die Richtung treffe. Hier dürfte richtig sein. So, und dann werden wir uns mal ganz kurz hier hochbauen. Wie gesagt, wenn ich fertig bin, laufe ich einfach hier wieder runter. Na ja, wenn ich nicht runterfalle und sterbe, ähm, dann kann ich es einfach unten abbauen. Aber falls wir runterfallen und sterben, ist auch nicht ganz so schlimm. Dann kann ich es trotzdem abbauen. Und es zerbricht, wie gesagt, einfach alles und es bleibt nichts über. Sehr, sehr gut, um sich, wie gesagt, irgendwo hochzubauen. Ansonsten hat man hier immer solche Klötze einfach stehen. Schaut mal vor, ihr fällt dann runter. Müsst ihr euch nochmal hochbauen. Und das Ganze dann nochmal wieder abbauen. Ah, ich komme ziemlich gut rüber. Mal sehen, ob ich perfekt gebaut habe. Aber gut, dass ich mit zwei gebaut habe. Mit 64 wäre ich gar nicht mal hingekommen. Oder? Ah, doch, ich wäre gerade so mit 64 hingekommen. Aber gut, dass ich noch ein paar extra habe. Sehr schön. So, sind wir angekommen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, mir eine Axt mitzunehmen. Aber es macht nichts. Die Blöcke lassen sich relativ easy verarbeiten. Und der zweite Punkt ist, ich habe... Ach, natürlich. Habe ich vergessen. Ich habe mir meinen schönen Workbench on the Stick vergessen. Okay, baue ich mir einfach schnell hier eine neue Workbench. Ich habe ja zum Glück Holz dabei. Bauen wir mal ganz kurz eben ein paar Slime-Bölle daraus. Und... Ah, was brauchte man denn für die Boots? Die Slime-Boots. Slime-Boots. Lass mich mal gucken. Okay, da haben wir so Slime-Boots. Ach, da brauchte man... Okay, da brauchte man zwei Blöcke für. Aber ist ja kein Problem. Kann man sich schnell wiederholen. Und dann... So, dann haben wir Slime-Boots. Warum Slime-Boots? Slime-Boots sind super... Boots sind super. Denn damit können wir ruhig irgendwo höher runterfallen. Und wir nehmen dann einfach gar keinen Schaden. Was sehr, sehr gut ist. Und man hüpft sehr schön auf Slime. Wee! Ach ja. Den blauen Slime nehmen... Äh. Ja, besonders mit den Boots macht das Spaß. Aufs Schleim weiter rum zu hüpfen. So. Zack. Haben wir alles. Ach, jetzt haben wir... Kämpfen wir gegen die... Slime-Strömung an. Muss... Ausweichen. So, mal ganz kurz... Ach, ich hätte das, glaube ich, mit... Das Schaufel kann man das, glaube ich, noch besser abbauen, ne? Kann man nicht. Ach, no tool. Okay. Heißt also, ist eigentlich egal, wie man es macht. Man kann es nicht schneller abbauen. Ach, verdammt. Ist aber noch den Falschen erwischt. Muss man ganz kurz hier eben die Strömung reparieren. Mag kein fließendes Wasser. So, jetzt machen wir noch diesen Baum kaputt. Ich hoffe, ich kriege noch einen Sapling. Jep. Einen habe ich auf jeden Fall gekriegt. Oh, und da fliegen noch ein paar mehr runter. Sehr gut. So, an Slime sollte es jetzt erstmal nicht mangeln. Perfekt. Und jetzt kann ich es euch zeigen, was ich sozusagen damit gemeint habe. Hier sind auch noch ein paar Saplings. Sehr gut. Da werden wir auch auf jeden Fall einen von anpflanzen. So, jetzt können wir theoretisch hier runterspringen. Ihr seht schon, man fällt auch ziemlich schnell. Das Gute ist, wir unten ankommen. Ich bin eben kein Schaden mehr. Ja, wir hüpfen zwar ein bisschen rum, aber das passt schon. Und jetzt machen wir ihn kaputt. Ach, weg. Der Pillar ist weg. Ach, sehr gut. Wie gesagt, die Restlinien verschwinden. Man kriegt also nur diesen einen, den man kaputt gehauen hat. Und alle, die mit ihm verbunden sind, sind sozusagen weg. Und als wäre nichts gewesen, waren wir da gar nicht oben. Ach, sehr cool, oder? Sehr, sehr cool. So, jetzt kann man das Buch auch gleich ganz kurz einmal einsetzen. Denn ich hatte natürlich mit den Slime-Balls noch was ganz anderes vor. So, lass uns mal schauen. Materials and You. Und, ach cool, der behält sogar, wo man war in dem Buch. Mann, der ist echt geil. Tools und Materials. Oh, cool. Da kann man sogar die neuen Sachen nachgucken. Ach, Mann. Der lernt immer was Neues. So, Slime gibt es. Oh, es gibt sogar jetzt Magma-Slime. Hm, interessant. So, Slime hätte ich ganz gern. Und zwar hat es... Wir brauchen den blauen Slime. Gut, dass wir den blauen Slime mitgenommen haben. Der gibt nämlich einen Modifier von 1,3. Zwar gibt er minus 50 Durability. Aber 1 mal 1,3 von der Gesamt-Durability. Was ziemlich gut ist. Okay, hier ist es, äh... Den Magma-Slime kann man dafür also nicht wirklich verwenden. Und ihr seht eigentlich, äh, Pick Iron, aber er hat schon minus 100. Ansonsten im Handling gibt es sonst nicht wirklich was Gutes. Sponge. Sponge hat sogar 1,2 mit 250 extra. Sponge ist auch ziemlich cool. Soft and Squishy again. Silk Touch. What deals damage? Was? Oh, cool. Du kriegst automatisch Silk Touch. Könnte auch interessant für eine Pickaxe sein, aber ich hab leider keinen Sponge. Ähm, was haben wir sonst noch? Also, Blue Slime ist, wie gesagt, eigentlich so mein, mein Go-To. Headride hat zwar 1,4, aber minus 200 ist ein bisschen blöd. Copper würde noch funktionieren. Bronze. Ähm, das ist auch nicht schlecht. Wenn es, äh, mehr kaputt ist, dann hält es länger. Ähm, Shocking. Das ist eher was für, für Sachen wie Schwerter und so. Magical Wood. Ooh, adds 3 extra modifiers to the tool. Boah, dafür brauchen wir auf jeden Fall das extra. Statt, ähm, statt Paper. Definitiv. Äh, has a random chance of breaking. It takes damage. Okay. Äh, was soll das denn heißen? Ähm, geht kaputt, wenn es, ähm, wenn es Damage bekommt? Hm. Das muss ich nochmal durchlesen. Heißt das einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Pickaxe was abbaue, kriegt es ja Damage? Ähm, und wenn sozusagen das Ding jetzt triggert, ist dann die Pickaxe direkt kaputt, egal wie viel Haltbarkeit es noch hat? Ist dann bloß die Haltbarkeit weg, oder ist dann zum Beispiel das komplette, komplette, das komplette Tool weg? Das müsste ich definitiv mal ausprobieren, das weiß ich nicht. Ähm, das ist cool, also jetzt kann ich mir wirklich mal nachgucken. Evil, Infused, Iron. Uh, hier gibt es ja echt ein paar coole neue Sachen. Ähm. Die man mal so ein bisschen ausprobieren kann, aber so vom Handling. Imperium, ähm. Ähm. Mixer Tool or Weapon, Renderry Drop, ähm, Prospect, Arts, okay. Kann man nicht wirklich gebrauchen. Oh, was. Okay. Plastic. Ähm. Plastic ist auch sehr geil, merke ich gerade. Aber gut, es hat bloß, ah, den Modifier mal 0,1. Also da müsste man natürlich jetzt ein bisschen rechnen, ne? 1.500 dazu bekommen, aber die normale Durability mal 0,1. Das heißt also nun, äh, 10% im Prinzip von der Normal-Durability. Wir haben jetzt 200. Das heißt, wir hätten dann 20, aber kriegen 1.500 oben drauf. Oder wird das auch, ja, ich glaube, die sind extra. Die werden, glaube ich, nicht von dem Modifier beeinflusst. Da müsste man mal ein bisschen ausprobieren. Also, hey, das ist echt. Pink Slime. Hm. Okay, ich glaube, Pink Slime ist momentan am besten. 2,5 plus 2.000. Pink Slime ist sehr gut, aber ich glaube, das gibt's bloß von dem Boss, ne? Nee, Pink Slime. Oh, genau. Gab's das nicht von dieser Slater-Maschine? Boah, ich merke schon, ich hab so viel wieder vergessen. Ähm, aber wir gehen erstmal, glaube ich, fürs, fürs Blue Slime. Oh Gott. So viel, ähm, zu gucken. Blue Slime. Wo hatten wir's denn? Einen Augenblick. Blue Slime. Ähm, wie konnte man Blue Slime nochmal machen? Wisst ihr was? Das kann ich auch jetzt im Dings nachgucken. Äh, ach. So, at Tinkers. Ähm, wo haben wir's denn? Hier, da. Die Dinger hätte ich ganz gerne gebaut. Äh, einen, ähm, Dings plus Sand plus Dirt. Hauen wir mal. Sand. Bruch. Und Dirt. Das Ganze zusammen mit Blue Slime. Gibt einen von denen hier. Einen von denen hier. Einmal ganz kurz aufgekocht. Sollte uns dann hoffentlich herweise diesen schönen Kristall geben. Sehr nice. Und mit dem Kristall können wir, glaube ich, an diesem Tisch, hoffentlich reicht einer. Ja, es reicht einer. Nice. Nice, nice, nice. Die schöne Tool Rod da bauen. Und das können wir theoretisch nachher noch austauschen. Oh. Moment. Sollte das nicht deutlich höher gehen? Hm. Ähm, was? Ah, gut, wir kriegen ja minus 20. Okay, wir kriegen auch nur ähm, 0,0,2. Was kriegen wir hier wieder dazu? Äh, es wirkt sich nicht so gut aus. Also der, der, der Modifier wirkt sich natürlich nicht so krass aus, weil wir natürlich nicht so viel Haltbarkeit momentan haben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie Kobalt hätten, was da ziemlich geil ist vom Mining Speed her für eine Pickaxe, würde sich das wahrscheinlich besser auswirken. Also 0,3. Also wir kriegen 30% nochmal wieder oben drauf. Also wir haben jetzt, äh, ein Holz bietet, was bietet Holz? Einen Augenblick. Einmal kurz hinlegen. Wups, die Wups. Ihr seht hier die ganzen Achievements noch von der letzten Folge, beziehungsweise von gerade der Aufnahme, wo ich auch die Diamanten gefunden habe. Ähm, was bietet Holz? Einen Augenblick. Wir können mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier kann man, genau, hier kann man das auch sehen. Ähm, Holz gibt 1. Das heißt also, es bleibt und gibt 25 dazu. Ah, okay. Das heißt, wir verlieren da 20 plus die 25 und sie sind schon 45 Unterschied. Und dann macht's, ja, dann macht's Sinn, dass wir erstmal noch Holz nehmen. Oder, ja, wir nehmen erstmal Holz, bis wir den Kopf austauschen, der mehr Haltbarkeit hat. Dann macht im Prinzip der blaue Slime mehr Sinn. Richtig? Ich glaube schon. Also ich glaube, so kann man es im Prinzip machen. Fürs Erste. Ähm, ich würde auch direkt fast schon dann in einer der nächsten Folgen in den Neter gehen, um mir dann halt Adroid zu besorgen. Huch, geht das nicht mehr? Kann man das Ding nicht mehr charpen? Ach, bitte Flint. Okay, 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 okay. Flint brauchen wir noch. Ich dachte gerade, kann man das nicht mehr mehr schärfen hier? Ah, sehr gut. Jetzt hat's sozusagen Fortified Obsidian und ihr seht, wir behalten trotzdem unsere drei Modifier, die wir drauf hatten. und dadurch kann es jetzt sozusagen Obsidian minen. Beziehungsweise hat das Mining Level Kobalt und damit können wir Kobalt minen. So, sehr gut. Ähm, wollen wir noch ein paar von den Modifiern aufbrauchen? Wir haben ja eigentlich genug. Zum einen würde ich ganz gerne Lapis draufhauen, um einfach den Bonus zu bekommen. Ich würde mal einen nehmen, um den schon mal zu triggern. Und dann, wir haben ja ein bisschen Redstone, würde ich noch ein bisschen Redstone draufhauen. den restlichen. Das heißt also, einmal mache ich Lapis drauf, damit wir Lack draufkriegen. Ähm, zum anderen mache ich, wie gesagt, Redstone drauf, damit, äh, hey, noch einmal, genau, damit wir ein bisschen schneller werden. Uh, 18,04, das ist doch schon mal sehr gut. Das ist nur die Frage, wie schnell geht's kaputt, ne? Ah, mit 200 ist schon nicht gerade ohne. Also da brauchen wir definitiv schnell einen neuen Kopf drauf, dass wir dann, äh, wie gesagt, auch mehr Haltbarkeit haben. Okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da haben wir doch einiges heute für heute geschafft. Das Ding muss ich mir erstmal wieder zurücklegen. Das können wir, wie gesagt, noch aktuell nicht verwenden. Eine andere Sache, die ich nochmal ganz kurz für unterwegs bauen kann, ist zum Beispiel, ich habe natürlich eine Crafting Table daraus gemacht. Das war natürlich nicht ganz so clever. Halt, ich kann gleich eh nochmal ein paar machen, weil ich werde die noch definitiv nochmal brauchen. So, ein paar Sticks. Ne, Sticks hätte ich noch gehabt. So, dann noch ein paar von denen. Mal schnell eine Crafting Bench. Nämlich zum Mitnehmen, äh, hätte ich jetzt nochmal gesagt, baut man sich nochmal eine Tool Station. Da kann man sich ein bisschen Iron einpacken und kann sozusagen das Ding sonst auch von unterwegs aus reparieren. So, das Holz reicht, beziehungsweise das reicht. und die bringen wir nochmal ganz kurz hier rüber und dann würde ich sagen, bauen wir da hinten nochmal ganz kurz eben ein paar Slime Bäume an. Oh, wir können noch was bauen. Kann man Slime, oh, das kann man nur auf den, den Slime Blöken nur noch bauen. Ist blöd. Ist ist blöd. Ich schätze, das kann man nur noch auf dieser Slime Erde bauen. Äh, okay, das war natürlich nicht so clever. Dann müssen wir da nochmal hoch, um uns, äh, von dem Zeug noch was zu besorgen. Das konnte man früher auch auf normaler Erde einbauen. Okay, das ist neu. Ähm, das muss ich nochmal ganz kurz abernten. Ich gucke mal gleich, ob ich noch genügend Slime habe sonst, um, äh, nochmal eine andere Sache zu bauen, damit wir uns ein bisschen schneller bewegen können. Falls wir dann demnächst auch nochmal, ähm, ja, ein bisschen hier die, die Ebenen erkunden wollen. So, hier einmal ganz kurz nochmal rum, haben wir nochmal alles hier eingesammelt, was wir hier so an Früchten und Zutaten haben. Sehr schön. Das nochmal weg. Äh, ja genau, noch eine andere Sache, die man von Tinkers Construct kennt. Vielleicht der ein oder andere für schnelle Fortbewegung. Äh, habe ich jetzt die Slime-Bälle? Da habe ich die Slime-Bälle. Hier habe ich noch welche und da habe ich noch welche. Lasst uns mal eben kurz schauen. Ähm, wo haben wir das Ding denn? Wo haben wir es denn? Wenn wir schon mal bei Tinkers Construct sind, können wir das auch gleich mitbauen. Da sind sie doch. Ähm, die schöne Slingshot. Äh, braucht man ein paar Slime-Bälle, Dings, und ein bisschen String. Das war eigentlich relativ easy. So. So. Dann die. Und das. Nice. Haben wir die Slingshot. Sehr cool. Und damit können wir jetzt theoretisch einmal anziehen und Feuer! Hui! Wenn man da auch bis ganz nach oben kommt, ich glaube nicht, aber man kann es ja mal probieren. Nein. Aber obwohl, wenn wir von da oben schießen, könnte man es fast meinen und deswegen haben wir natürlich auch schön die Schleimstiefelchen, damit wir wups, okay, na, ouch. So, damit wir natürlich auch hier überall raufkommen. So. Oh. Ah, nicht so weit. Ich glaube es nicht, dass wir es komplett bis nach oben schaffen werden. Ich würde es aber einfach mal ausprobieren. Nein, es reicht nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge oder ich, na, ich mache das glaube ich mal offscreen und werde da mal ganz kurz hoch nochmal mit unseren kleinen Scaffoldings nochmal ein bisschen Erde besonnen, damit wir uns ja die Schleimdinger nochmal anbauen können. Aber wie gesagt, so kann man sich huch, oh, das war doch schon viel zu weit. Wow. Relativ zügig fortbewegen. Ich hoffe, der Rechner macht das mit. Ah, normalerweise sollte er das. Besonders, wenn man halt so durch so unbekanntes Terrain, sage ich mal, schon fast fliegt. Alter, sind wir weit geflogen. die Witzker. Der ist ja echt heftig. Das Ding ist echt gut. Muss man bisschen lernen, wie man damit am besten schießt, aber so was mit den Stiefeln kriegt man keinen wirklichen Schaden und man fliegt so ein bisschen durch die Gegend. Sehr, sehr cool. Auch sehr gut zum erkunden der Map beziehungsweise dann zum Suchen von vielleicht Dörfern et cetera pp. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wie man so schön sagt und ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.